Ja, komm mal, Team 1. Wir zwei gegen die anderen, würde ich sagen. Ich möchte aber nicht zufällige Maps, sondern ich möchte generierte Maps. So, perfekt. Yes, los geht's. Gut. Machst du die Begrüßung oder soll ich? Äh, mach du. Okay. Hallo, liebe Leute, willkommen zu Shellshock Live. Mal wieder der Notfallaufnahme, wenn alle anderen keine Lust haben, irgendwas zu tun. Hier dabei ist der gute Zwergen für das LP, wie immer. Nö. Und ich hoffe, wir werden gerade mal unsere Gegner hier ordentlich fertig machen. Oh, ich hab eine Stufe Zweifel von der Störung, hey. Hast du schön gemacht. Angeschaft freigeschaltet Bouncy. Hast du schön begrüßt. Zur Abwechslung mal du, sonst mach ich mal die Begrüßung. Ja, ich mach mal ganz was machen. Manchmal aktiv hier aus, deshalb hab ich mittlerweile halbwegs eine Begrüßung. Äh, Waffen. Wie ging das nochmal hier? Ähm, ich hab Guppies. Ich hab Guppies. Ach ja, die sind noch. Okay. Alter, dieser Night Sky hat gerade richtig verkackt. Und wir sind, glaube ich, wir sind jetzt in einem Team. Wir sind beide in Team 1. Wir sind beide in einem Team. Aber du bist dort hinten, ich bin hier vorne. Oder ich will hinten. Ich weiß, ich bin da in der dritten Map. So, Störungskombi hau ich einfach mal dem Typen richtig vorne rein. Ich mach das jetzt am dümmsten. Ich treffe auf jeden Fall beide. Okay, das war ein bisschen zu weit. Hab ja mal Zahnrad gebracht. Meine Guppies sind zu weit weg. Die sind generell immer zu weit weg. Ich spiele das Spiel gerade zum zweiten Mal. Einmal habe ich schon mit... Ja, das ist Gruppe 1. Einmal habe ich... Ich glaube, ich bin in Stufe irgendwas so ein 60. Also einmal habe ich es schon mit Modi gemeinsam gespielt. Das habt ihr ja gesehen, aber... Wir werden dann Notfallaufnahmen. Ja, Notfallaufnahmen nennen, dass man nicht Notfallaufnahmen... Sind jetzt... Sind es zwei... Sind jetzt zwei Team-Squad-Mitglieder vorhanden daher. Können wir es auch vier Fünfte nennen. Guter Schuss. Ja, das Loch hat es abgelenkt. Sonst hätt es dich getroffen. Sonst hätt es dich ungefähr. Ach, das ist egal. Ich habe noch 120 Panzerungen. Ich versuche nochmal die Guppies. Ja, der könnte gefährlich werden hier. Oh, scheiße, der ist wirklich gefährlich. Ah, ich bin im Loch. Nein, Modi. Jetzt sind alles von dir. Wobei, ich glaube, die nehmen dich nicht wirklich als Gefahr wahr. Das ist richtig so. Okay, ich kann den Berg mal ganz kurz hier abtragen mit dem Gedudel. Jetzt habe ich mich selbst getroffen. Sie sollten dich nicht als Gefahr wahrnehmen. Weil es das scheiß Ding vor mir ist. Ich kenne ja nicht. Ja, kenne ich. Ich bin halt, sorry, ich bin halt noch ein sehr großer Anfänger daran. Ich bin halt im letzten Part, im letzten Part, im letzten Aufnahmen, die wir hier aufgenommen haben, wusste ich noch gar nichts Bescheid. Und das Spiel. Ja, du, ich bin im Axel, ich spiele seit ich einem Jahr eigentlich nur noch Skyrim. Also, ich bin halt im Axel, was man Meister nennt. Aber ich kenne die Waffen noch. Ja, jetzt zerstöre ich mich schon selbst. Ich bin schon da, um mich selbst zerstören. Ja, ich kann mich gar nicht bewegen. Ich habe nur Scheißwaffen hier. Ich habe, glaube ich, auch nicht gerade die Besten. Ja, aber ich meine, ich habe wirklich nur Scheißwaffen hier. Hm, versuchen wir es mal so. Vielleicht trifft es mal endlich. Na, komm. So, vielleicht. Ich versuche, Chipsfisch mal eben mit der Pinata zu treffen. Okay, knapp daneben. Ist auch vorbei. Na, vielleicht treffen ein paar. Aber hübsch sieht es aus. Sechs. Alter, ich habe den anderen auch noch getroffen. Na dann. Das war kein effektiver, aber ein ziemlich geskillter Schuss. So, was habe ich denn hier noch für Waffen? Oh nein. Keine guten, aber. Oh Gott, es ist ein Flummi mit Doppelschaden. Pass auf. Au, au. Oh Gott. Hat mich aber nicht getroffen. Der trifft generell nie jemand da. Aber wenn er trifft, oh Gott, dann bist du tot. Okay, ich haue einfach mal den X-Angepfade und kopiere es. Und den brauche ich nicht zweimal schaden. Ich muss hier Chipsfisch treffen. Ah, nee, nehmen wir mal. Kopies. Oh. Ich soll starten, hey. Fast. Fast habe ich ihn getroffen. Wäre fast was geworden. Habe ich eigentlich Items? Stimmt, Items habt ihr auch noch. Ich bin tot, ich lehne mich jetzt mal zurück. Hm. Du bist tot, na toll. Ähm. Ich bin noch am Leben. Wird jetzt platt gemacht. Zeig mal, was du drauf hast. Das hier. Schön. Erstmal. Berg. Einfach erstmal ein Berg. Ja. Der Zwergenfluss macht Berge. Ich versetze hier ganze, ich versetze hier ganze Berge. Das hat reingehauen. In einem Zug kriegst du neue Waffen. Das war gar nicht so schlecht. Ja, war halt nur die normale Flamme. Die wird erst gut, wenn es ein Abhalten ist. Ja gut, ich bin jetzt Level 1 oder so. Ja, dafür ist das absolut okay. Ich würde mich bei solchen Strahlwaffen schießen am besten in meinem 45 Grad Winkel, dann trifft ich alles. Oh Gott, komm in der Finale. Aber ich lebe noch. Können wir vielleicht mal ein paar Noobs mit ins Team nehmen, die auch Level 1 sind? Ich glaube, das geht nicht, das richtig ist ja mein Level. Das ist blöd. Dann müsste ich vielleicht mal hosten, damit wir mal ein paar Noobs mit ins Team nehmen. Ja, aber dann komme ich nicht mehr rein. Ich kann dich doch einladen. Versuchen wir es einfach mal. Na, weil ich meine, ich werde jetzt hier sowieso, soll ich mal vielleicht mit Leuten in meinem Level wäre vielleicht nicht so schlecht. Heilung. Ne, neue Waffen. Was hast du denn Neues gekriegt? Habe ich gerade nicht nachgeguckt. Du kannst nachgucken, unter Waffen. 45 Grad Winkel hast du gesagt, das geht jetzt hier. Ja. Ja, du kannst doch mit der Tastatur den Winkel einstellen. Voll daneben. Ja, ist wenigstens die Drohne getroffen. Ich habe Banane. Banane ist super. Muss ich nur treffen. Das ist nicht random, wie die fliegt, aber die ist super. Müssen wir nur treffen. Die Mobile Games haben dich gewischt. Ich lebe aber noch. Ja, ich habe auch 400 Punkte, 400 Lebenspunkte eingestellt und du hast jetzt noch Rüstung. So, ich versuche mal den zu treffen. Ja, soviel dazu. Das war mal eine Banane. Hübsche Banane. Ich habe noch eine Blume. Blume ist auch okay. Jetzt warten wir mal, dass die schon feiern. Ja gut, ich meine, die werde ich jetzt wohl noch kaum besiegen können. Sag das nicht. Selbst wenn ich das überlebe hier. Die haben noch, guck mal die ihren Energiebalken an. Die haben bald noch Rüstung. Ich brauche gar nicht nachgucken. Ja, 3,20. Ich bin hier gleich am Arsch. 3,20. Ich bin hier gleich ordentlich am Arsch. So, 45 Grad Winkel. Versuchen wir mal. Das war nicht ganz so schlecht. Hey, mein Zahnrad. Verdammt. Gut, damit ich auch tot. Ja. Würden wir mal versuchen, gegen Loops zu spielen. Das war mal jemanden reinkriegen, der auch Level 1 ist wie ich. Soll ich mal hosten oder wie kriegen wir das? Ja, Moment, ich kick die beiden nur kurz. Läderaufstieg, ich bin Level 8. Moment, wie kick ich nochmal, Leute? Explosion. Ich habe gerade eine neue Waffe freigeschaltet. Aha. Ah ja, hier kicke ich. So. Ich mache mal eben maximaler Levelunterschied. Muss ich dafür hosten, damit war... Nee. Weil ich bin Level 8. Ich würde jetzt gerne Level 7 oder Level 6 da mit dabei haben. Und Leute, die zu meinem Level sind. Und du willst uns was tauchen? Jack Blick kommt. Echt? Level 23. Level 23, na, das geht doch. Level 23 geht auch noch mit dem, genau. Mal kämpfen. Den haben wir vielleicht eine realistische Chance, den zu besiegen. Was ist das denn überhaupt für ein Typ? Moment, gucken wir es uns mal an. So, jetzt müssen wir einfach mal. Wir müssen einfach... Okay, ich sehe schon, ich habe gute Waffe. Wir müssen. Oh, ich habe endlich den Blitzer. Ich habe einen Zipper. Ich habe einen Zipper. Mach mal, mach bloß nicht zu schnell, sonst wäre ich dich. Ich versuche mal eine Zipper. Oh mein Gott, ich habe heftiges Napalm. Oh, das ist gut. Na dann, los. Jetzt machen wir sie alle, die motivierten. Ja, aber ich werde erst mal schön die Spinne mit mir reinfeuern. Jetzt machen wir den motivierten Piet Anna. Piet wird sterben. Aber ob Jack Beck sterben wird, das wissen wir nicht. Nee, ich glaube, der ist zu berühmt dafür. Meinst du? Ja. Irgendwann muss jeder sterben. Und ja, mitten rein. Stammt! Meine Waffe hat es ja mal so richtig nicht. Und ich habe genau 25 Schaden an Piet gemacht. Hey! Mein Zipper hat mal so richtig daneben gehauen. Aber ich habe die Route, das heißt, ich kann Piet jetzt wegblitzen. Ich habe die Route leider nicht. Und wir haben auch richtig Glück mit der Map. Aber er hat meine Route. Nein, eine Route hat jeder. Generell immer. Das glaube ich. Na komm. Okay, eins, zwei, drei, vier. Ich will keine Heftofu Kusmori. Ich meine, das ist wahr, oder? Ja. Ja. Wir hatten einen guten Kampf vorhin. Also. Ja. Ja. Okay, wir haben getroffen. Natürlich haben wir getroffen. Es wäre dumm, wenn wir nicht getroffen hätten. Okay. Könnte die Trinade eventuell in dem Loch effektiv sein? Ich probiere es einfach mal. Könnte rausbouncen, könnte aber auch nicht rausbouncen. Also. Ja. Ich denke, das wird was. Hm. Ich habe hier noch einen Einmal-Hüpfer. Der ist scheiße. Ich mache ihn trotzdem. Die haben gerade wirklich nicht. Die sind gerade wirklich nicht, sondern nicht gut, oder? Das ist gut für uns. Ja. Irgendwie schon. Schön für uns. Zweimal Schaden. Sehr nice. Jetzt trifft nur noch. Und er hüpft daneben. Der Einmal-Hüpfer. Oh ja, die treffen gut. Ja, Mann. Sehr gut. Der motivierte Beat ist erledigt. Er ist am Ende. Ich habe den Heavy Backroller, also der ist definitiv erledigt. Ich habe eine Hüpf-Prosion. Bounceplot könnte Beat auch richtig weg. Ballern in deinem Loch. Mir geht es noch gut. Ich bin hier einigermaßen. Oh mein Gott. Sie sind so schlecht gerade. Sie sind bei so schlecht gerade. Tja. Oh weh. Schreibt er. Okay, wenn ich so mache, dann müsste das eigentlich gut funktionieren. Dann komme ich gut am Portal vorbei. Ich glaube, der fuck. Nee, fuck hat er nicht geschrieben. Shit. Da kommt er. Ja, nein, ist getroffen. Und der Heavy Backroller hat wieder sein Ding erledigt. Beat ist erledigt. Beat ist am Arsch. Okay. Ja, 76. Ich gehe nochmal auf Pete, würde ich sagen. Ich gehe auf alle. Doppelbounceplot. Das doppelten Schaden. Versuch den doppelten Schaden zu kriegen. Das ist deren Runde. Oh wei. Dann versuch nicht den doppelten Schaden zu kriegen. Ich werde sowas von den doppelten Schaden kriegen. Ich habe scheiß viel Rüstung. Das ist halt das Gute an meiner Taktik. Ich bin halt voll auf Rüstung und Angriff gegangen. Ich bin irgendwie so der. Ich habe die Drohne. Sie haben die Drohne. Ja, aber gegen dich. Ach ja, ich habe noch einiges gelebt. Oh, das ist ein Treffer. Wow, zehn ganze Punkte lebt. Ich habe noch genügend Lebenspunkte. Ja, wirklich. Ich habe noch genügend Lebenspunkte. Oh mein Gott, die dreifache. Die dreifache Nahrung. Nice. Der motivierte Pete ist bald nicht mehr so motiviert. Ach, ich denke, Pete wird schon motiviert bleiben. Weißt du, nach diesem Verlust. Ja klar, er hat doch 46 Leben. Da ist doch alles drin. Theoretisch. Der ist gleich tot. Wir haben den gleich, den Pete. So, ich hole den Krater. Na komm, können wir schießen oder? Was kann ich am effektivsten nehmen? Die Portigarn will ich nicht verschwenden. Wer ist jetzt dran? Sind wir drin? Ich nehme die Portal Gun, die ist gut gelevelt gerade. Ich habe noch seine Route also. Ich schieße einfach drauf los. Du wurdest hart getroffen. Ich habe seine Route nicht mehr und ich kann nicht die Portal Gun benutzen. Ähm, ich denke mal, er... So vielleicht. Na komm, schieß. Ich werde einfach mal die benutzen. Mal sehen, wo es landet. Ich habe einen Krater da oben reingemacht. Ja. Mal sehen, was ein Deadweight hat, wer den hinteren Fokus will. Oh mein Gott. Er hat gehört, was ich gesagt habe, oder? Hat er kapiert. Nicht durchs schwarze Loch. Und Portale kannst du durch. Es gibt extra Punkte. Ich schieße noch den Berg hoch. Ich habe Slack. Das heißt, ich kann die Portal Gun nächstes Mal benutzen, wenn ich zufällig in den Land ist dabei ist. Sehr gut. Ich treffe nur auf den Berg. Ich müsste eigentlich... Was ist denn jetzt mit Bounty los? Entweder ein bisschen Erfahrung kriegen, oder ich bekomme so viel, dass ich Portugal in Stufe 2 kriege. Bei mir steht Bounty. Die Schlange. Wieso steht bei mir Bounty? Weil du so wenig Schaden abgekriegt hast. Hm, ich habe auch mal keine guten Waffen mehr. Oh, ich habe sowieso nicht mehr. Ich habe, wie gesagt, die Portal Gun macht safe 50 Schaden, wenn ich treffe. Und dann skrittet es über 100. Na, komm, na, komm, na, komm, na, komm. Sehr nice. Ja, guter Berg. Na, komm. Sehr nice. Oh, ich habe das letzte Zahnrad. Ich kann meine... Ich kann die beste Siege jetzt, wenn du die von allen kriegen. Geil. Ähm. Übrigens, wenn du tot bist, kann ich sogar einen Shockshell benutzen. Aha. Das wird passieren. Vielleicht stimmst du sogar früher. Äh, ich... Du hast gerade einen Zahnrad verloren, danke. Äh, ja. Wie habe ich das gemacht? Ich weiß es nicht. Ich werde mal gucken. Ja, okay, es ging raus. Hey, was? Ich konnte noch ganz angreifen. Äh, ja, weil du dich mit dem Item gewafft hast. Aha. Wieso habe ich das gemacht? Ich weiß es nicht. Das muss deine Taktik sein. Äh, er trifft dich. Aber ich traf die Drohne. Granate. Nehmen wir mal das Napalm. Das geht eh daneben. Oh nein. Oh, verdammt. Granate kommt zurück. Oh nein, ich traf die Drohne, oder? Ich habe dich getroffen. Ja, ich wollte eh die Drohne benutzen, also. Und neue Waffen. Was habe ich? Ähm, ich habe einen Doppel-Portrait gekriegt. Ich habe einen Bagger. Das ist gut. Ich glaube, der ist gut. Ja, der Digger ist immer gut. Der Bagger. Oder der Digger auf Englisch wahrscheinlich. Ja, Digger ist original. Ich habe es übersetzt. Digger ist immer gut, außer wenn es 15-Jährige sagen. Dann ist Digger nicht gut. Okay, muss ich erstmal Jacks Rute wiederfinden? Ja, ich nehme das Double-Damage mit. Na, komm. Okay, das heißt, ich muss sehr viel weniger benutzen. So. Let's go. Let's play's aus. Lass es treffen. Lass es treffen. Verdammt. Oh mein Gott, es geht fast. Es ist fast gut. Mein Bagger ist dagegen hingegangen. Ja, ich muss nur ein bisschen weniger machen. Dann kenne ich den zweiten God-Race. Ach, du hast noch einen zweiten. Ja, deshalb habe ich es auch so verschossen. Jetzt geht er leider dorthin. Jetzt geht er woanders hin. Das macht er wieder. Ich weiß, wie ich schießen muss. Na dann, treff ihn aber. Treff ihn. Nein, nicht du. Verdammt. Äh, okay, das ist egal. Ich habe Kaktus. Ich habe eine Kaktuswaffe. Damn. Das ist aber shit, oder? Kaktus. Ja, Mann. Guter Kaktus. Nice, na komm. Wenn du es kurz vergisst. Oh, Gottes. Ich werde vielleicht nicht vernichtet. Die Hand, oh Gottes. Damit hole ich sogar die Kisten ab. Ja. Das kann ich weder bestätigen noch dementieren. Wir wissen alle, was ich von Religion halte. Also von dieser Religion. Und den meisten anderen. Du hast zehn Rüstung. Äh. Versuchen wir das. Äh. Könnte knapp werden. Und. Ist knapp geworden. Besiegt. Ne, noch nicht. Zu früh gefreut. Aber. Ja. Termin quasi. Ich mache noch Rollereien. Diese Aufnahme werde ich in so viele Videos flitten. Kannst du dir aber glauben. Wenn du Jack Black besiegt hast, oder was? Ne, aber was dich übelst anbietet. Du weißt ja, meine Videos sollen ja meistens nur so zehn Minuten gehen. Maximal. Aber das, das kommt auf jeden Fall. Jack Black besiegt kommt auf jeden Fall mit ins Sonne. Und in den Titel. Wir haben Jack Black besiegt. Das ist, das ist was wert. Ach, zu weit weg. Ich habe mal mit dem Verrat getroffen. Moni hat Jack Black besiegt. Tada. Sieg. Sieg. Das ist dein Sieg. Der Werfstieg. Ich weiß gar nicht, was für eine Musik ich gerade drin habe. Bei mir ist gerade nur Heiligenschein Musik. Ich habe eine Glock freigeschaltet. Geil. Oh, er ist weg. Karte freigeschaltet, den und zern. Hm? Siegerbonus. Überlebender. Also, ich hole mir jetzt erst mal hier die... Die beste Musik. Ich habe gerade gar keine Musik. Bis hatte ich gerade keine Musik. Ich hatte gerade nur Heiligenschein Musik. Wie kann ich das denn einstellen? Profil. Melodien. Keine habe ich gerade. Deshalb. Ah, ja, stimmt. Freigeschaltet auf Level 40. Oh, ich meine abgespielt. Verdammt. Ich habe keine. Ach ja, ich habe da auch keine eingestellt. Ich kann gar keine einstellen. Ja, du hast auch noch keine. Wollen wir mal eben einen Clan erstellen vielleicht? Was? Bis zum nächsten Mal.